ja gut seit noch an Munition hier hab ich ein bisschen Munition da hab ich ein bisschen Munition, verdammt so die wollen ja sparsam mit der Munition jetzt umgehen verdammt F-Licht äh ja hallo speichere Computer ist schonmal gut dann bin ich auf jeden Fall einen Schritt weiter ach du Schande ist das hier hell wo muss ich jetzt lang da mal rüber ok ach da ist Griffin äh Griffin Hallo griffen kämpft jetzt gerade gegen Alma da das das wieso zu da brauche ich gar nicht drücken hä hallo auf geht's gib mir erstmal Munition du bist witzig auf geht's oh oh grafikfehler äh ich ich will Munition verdammt ok ok schicken Munition einmal kommt sehr lieb ähm hallo oh oh nein oh nein oh ja wohin er muss vor uns sein ich werde ich werde verrückt das werden wir alle wir werden alle verrückt sie schaut hier nach ok wir müssen hier weiter die schutzig hier alles erstmal an und nur mehr so ne teile hey da ist ein wagen bekomme kriegt er neue Munition hey key key moralis key lass uns einfach nur raus heute aha dat stimmt und einmal hat satsch und griffen getötet sie konnte sie nicht mehr ähm sie konnten sie nicht daran hindern nun versuchen sie zusammen mit den überlebenden teammitgliedern zur wildgrundschule zu gelangen und kullern wegs leute daran zu hindern Snakefist und Genevies Atavid zu erreichen aha gut machen wir das doch einfach mal und was ist da draußen passiert hier denn ich habe sie noch nie so erlebt wie tötet ich mit bin wer wer einmal sind sie sicher ich bin mir aber gar nicht mehr sicher ich bin mir aber gar nicht mehr sicher ich bin angegriffen sie würden Menschen rumflagen da hatte ich mir nichts vorgestellt joh suchen wir doch die Güte Snakefist wir sollten uns hier aufheilen Kigo die Wunde sind sie sicher dass sie fit sind ich werde durch den der für eine die 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 es kommt wahrscheinlich wieder einmal alle tot einmal meine Güte einmal so ohne grundschule da komme ich durch ok schauen wir doch einfach mal das ist ein schluss ach die scheiben sind wieder aus panzerglas vor allem bei schulen bei schulen sind die scheiben immer aus panzerglas hat ja auch ganz besonderen grund damit die schule nicht rausfliegen öffnen wir das mal boof eh und rein so schauen wir mal ja kommst du ja komm da ist ne info was sagt er sehr geehrter Mr. Preston sehr geehrte Mrs. Preston sehr geehrter Mr. Preston wir sind besorgt über die vier zeiten ihres sohns max und seinen fortschritt im unterricht max hat in den letzten zwei wochen mehrmals gefehlt und wenn er in der schule ist nimmt er nicht im erforderlichen maß an den unterrichtsaktivitäten teil besondere probleme sind weigern zu den weigern zu den weigern zu den vorgeschriebenen Zeiten an obligatorischem Mittagsschlaf teilzunehmen weigerung des Pausenfrühstücks mit der Klasse einzunehmen weigerung in den Kunst- und Handarbeitsstunden kreativ zu sein ah unangemessenes Verhalten wie zum Beispiel der Versuch die Röcke der Mädchen anzuheben und in der Cafeteria zu urinieren alles klar der Direktor würde gerne ein Treffen mit ihnen ansetzen an dem auch der Schulberater teilnehmen sollte um Möglichkeiten zu erörtern mit denen mit denen Max zu einem angemessenen Verhalten ermutigt werden kann wir bitten um eine Antwort bis Montags Nachmittag herzlichen Dank im Voraus für ihre Bemühungen mit freundlichen Grüßen Mrs. Jenica Potts Verwaltungsleiterin Anwesenheit und Archivierung Weed Grundschule ein schöner Ort für Kinder Ja Ah ja So was hattest du gesagt? Nehmen wir mal Licht aus Mhm Vogel Marienkäfer Frosch Mhm Haben wir hier in der Ecke noch was? Interessantes vielleicht? Nein Ach, dann muss ich das schon wieder wegräumen Boah Komm Die Bücher stehen natürlich wie eine 1 die ganze Zeit dabei So Also sonst Spins hätte ich auch gerne in der Grundschule gehabt Und Äh In der Grundschule Blut Verdammte Scheiße Da sind Geister Geister Das kann noch was werden Hallo Ah Da Fernsehen Ich wollte gerade sagen, woher kommen die Geräusche Fernseher Ja Ah ja Okay Jetzt nehmen wir den Unterricht mal steil Oder lassen wir es mal lieber Äh Sonst nerv ich euch die ganze Zeit damit Ja, du bist auch noch da Ich weiß Ob der Schaden hier von einer Explosion oder einer Schießerei stammt Wahrscheinlich beide Ja Deswegen liegen hier auch die ganzen Leichen Gut erkannt Ach Jetzt drückst du mir die ganze Zeit weg Komm Du kannst ja auch mal runterfallen Warte mal Kann man hier sehen, erkennen irgendwas Äh Falscher Knopf kann man leider glaube ich nicht kennen oder sagen könnte das hat der und was ist das hier fest champion und der zu trüter mitten drin so fighting ist er bett ok bett fink da ist noch anwesende ok mike anderson an dort anwesen kelly branche war aber nicht anwesende leon brunz auch einmal nicht anwesend brans franz macy franz ok joe hessel jennifer lange ok zu hohe lieb bg nobs ok max preston da haben wir es dann zwar davon drei und marcus preford und takashi joshida ok was haben wir noch so alle schüler die mehr als zwei tage in einer woche fehlen müssen sich direkt nach wie der ankommt und seinen testraum melden um sich die versäumten dosen an zusatzstoffen beabreichen zu lassen zusatzstoffen hier geht es noch tiefer oder irgendwie doch nicht okay zusatzstoffe zusatzstoffe hat wird zusatzstoffe hier sind wieder die frösche und marienkäfer und so ach da geht es weiter das ist nicht wahr ich will erst mal hier das alles erkunden ähm bin ich hier richtig brandgranate voll ja gut das ist ein klassenzimmer das ist amerika ne können wir keinen unterricht machen ist zu hell oder zu dunkel